Hey liebe CSGO-Fans, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr sie auf meinen Kanal gefunden habt. Durch gewisse, nennen wir es mal, Leaks oder whatever, wie man es auch immer nennen mag, wie zum Beispiel von CS2 Twitter-Account hier oder auch hier von anderen Twitter-Accounts, kann man davon ausgehen, dass heute eventuell CS2 endlich released wird. Hoffen wir es, dass wir nicht enttäuscht werden und nur ein Danger Zone-Update kriegen, sondern endlich das offizielle CS2 und nicht nur eine Beta-Phase. Und da wir eben davon ausgegangen sind, dass es heute kommt oder es immer noch hoffen, haben wir gestern einfach mal noch unsere letzten Runden auf Office, auf CSGO gespielt, weil ich immer noch davon ausgehen werde, dass CSGO einfach von CS2 überschrieben wird als Update und nicht als separat als Spiel oder mit den Startoptionen, wie wir es jetzt haben. Haben wir einfach unsere letzten Runden Office gestern nochmal genossen auf CSGO, weil wie ihr wisst, sind wir Office-Mains und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen, lasst gerne auch einen Kommentar da und einfach viel Spaß mit dem Video. Litt, es geht nach Hause. Rating Time 1,54, Office ist eins der kürzesten Rating Times. Logisch. Ja, weil die echten Office-Pros halt noch hier sind, ne? Ja. Ey, hoffentlich stand das jetzt auf Short-Match. Ich habe nicht... Ja, er weiß nicht. Ja. Ich habe eine P-2000. Warum? Was? Warum? Allein. Jetzt müssen wir erstmal wieder dran gewöhnen, ans Kaufen. Ja, stimmt. Das ist ja, wie das Kauft hat. Nein. Geht sollt, wieder los. Das ist so laut, dass CSGO. Hey, aber sie haben es auch hier gefixt. Ich kann jetzt, ohne das Spiel zu verlassen, ein Skin und die Waffe ändern. Wahrscheinlich ging es auch schon vorher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, da fühlt man sich doch daheim. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Der hat an, der hat an. Der hat an, der hat an. Hello, Team. So, dann starten wir mal in unser letztes Office-In-CS-Go rein, ne? Hoffentlich gewinne mal. Können wir mal Office-In-CS-Go rein, ne? Können wir mal Office-In-CS-Go rein. Ah, und direkt, instant, erstmal Döner gegangen, ne? So, wie kann es bei dir lecken? Ah, ich habe auch nur 180 FPS. Na, der Kevin hat sich halt, wie immer, direkt erstmal eine Geisel gesnackt, ne? Ich kenne mal das irgendwie anders. Oh, oh, wir sind ja jetzt hier in Dings. Was? Er hat gesagt, wir sind hier in Dings, aber was meint er? Ja, das ist gut. Nicht mal eine Küste öffnen. Also, erstmal direkt die Kohle rausballern, ne? Ah, da fehlt nichts. Ah, die Elegate schießt weg. Ja. Ich habe nichts mehr. Ich habe eine Nase. Ich habe auch eine Nase. Ich bin jetzt. Okay, wenn du still machen. Okay. Oh, natürlich kommt Short einer raus. Paper war noch was. Ah, ich habe Schmuck. Ich habe Schmuck. Paper drin. Komm mit drinnen in die Olga mal hin. Keine Zähne. Auf Short, macht Platz. Ich lauf. Ich lauf. Ich habe nur noch zwei Happe. Er war schön sogar gehittet. Durchaus möglich. Haha. Aber das Kaufen ist jetzt echt ungewohnt, wenn man sich es an das andere Kaufen jetzt mittlerweile gewöhnt hat. Kevin, hör auf jetzt Container zu openen. Kontrahier dich auf das Spiel. Jetzt pushe sie. Jetzt pushe sie. Ja, so zum Abschluss von CSGO noch einen Knife ziehen, ne? Ja. Komm jetzt, was knifst du? Connector. Waiter. Connector. Connector hast du gecolt. Du kannst Soda sehen. Connector. Ich habe Soda. Äh. Was? Aiaa. Wo? Wo? Haha, Soda. Okay. Alter. Ach komm jetzt. Echt jetzt. Hat der jetzt angemacht, weil sie zwei Runden verloren haben. Plötzlich hittet er alles weg. Soda. Wo? Ja, aber der verteilt auf einmal nur noch Headshots. Checke mal doch mal, sein Profil ist. Mal gut. Was kann der? Wenn's denn lädt. Sieht scheiße aus, sein zuviel, Junge. Ha, war das der? Ja. Ja. Auf einmal drückt dann nur noch. Natürlich im... ...im letztes Spiel dann noch... ...vermutlicher Hager mit bei, ne? Ach, das war noch. Ich hab gesagt vermutlich. Ich will... Move it, move it. Ja, stimmt. Es geht hier nicht, ne? Da ist der Arm eingefroren. Das Handgelenk steif. Okay. Nee, ich würde das Spiel gerne gewinnen, gell? Also... Ne? Nur, dass ihr's wisst. Geistliche Frau. Ja, was denkst du, warum der Kevin da unterwegs ist? What? Lock mich doch. Ach komm, er gibt wieder Headshot mit der Deagle. Direkt One-Tap. Das ist egal, Rupert. Ja, ja, WP. Na ja, Kevin hat auch nochmal zum Abschluss in Nuria angeschmissen. Ja, hier ist halt auch nix mit zurückzellen, ne? Denk dran. Beißen, Truftrücker und Laufen. Ja, ja, ja. Kevin steht da mit einer AW-Pengsum. Oh, bleib, du Sekret. Ach, beide angehittet. Sekret. Jetzt hast du die Beißen hier halt's wieder in der Hand gehabt. Muss ich hier auch mal AWP spielen. Drei AWPs, Schatzkauf auch eine. Nein. Ah, langweiler. Jetzt hab ich auch schon sehen, ich soll es gekauft. Die man auch nicht inspekten kann hier. Wichtigstes Update in CS2. Jetzt fehlen nur noch die passenden Skins dafür. Es wird dann morgen released mit der... Mit dem Release direkt erstmal ne Zeus und Nate Kiste, ne? Ich bin Kmo-Lied, ich bin Kmo-Lied. Ich hol ihn, wenn er mir Platz macht. Ihr habt ne Hostage arg gefackelt. Umlauf. Ach, Leute. Ach, hinter euch. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn doch kommen gehört. Ich hab ja... Ja, jetzt denkt den Musch non-scope, den Musch. Ah, jetzt sind wir vier AWPs? Ja, ich sag doch, kaufe auch eine. Ich hab keine gekauft. Ja. Ja. Du brauchst so hoch. Hm. Ja, Spinner. Möglich. Komm, lass mich durch, ich purple. Komm, ich brauche hier. Weiß nicht. Ja, wo war der Kurs? Short Paper vermutlich. Ja, Mann. Guck oben rechts. Ah, Mann. Wie kann ich so rumsch... Dings. Ja, mit der ABB geht hier mehr rein. Ich sag ja auch, ich find die AWP hier in CSGO viel besser wie in CS2. Ich find da das ganze Spielverhalt ist schneller. Fixer. CS2 ist ruhig da. Sehr schön, sehr schön. Ja, das haben aber viele schon geschrieben, dass ihnen CS2 einfach träge vorkommt. Ja. Dass CS2 träge vorkommt. Dass es hier irgendwie, nicht flüssiger, aber schneller gefühlt alles läuft. Ja, schneller. Ich kann das draufnen, wenn du jemand drauf. Nicht. 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 Let's go, let's go. Was? 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 Put mir das nicht. Was? 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 Help me, ich bin Paper. Das war schon der zweite Non-Scope. Ah, ich wollte ihn noch tasern, den letzten. Ich wollte ihn noch tasern, Mann. Sag mal AIDS. Ja, das ist die Form. Ja, ja, aber schön, noch zwei genon-Scoped diese Runde. Guys, don't peak, don't rush, play defense, easy win. One more. Was, one more? Oh, Gott, hörst du dich scheiße an. In-game. Als ob du in eine leere Dose reinquatschst. Ah ja, was blockt ihr da auch alle? Komm fort, Pude, play. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie geht's denn grad rein? Ach, schade, er war beim umgekippten Soda. Warum haben wir in letzter Zeit so viel CSGO gespielt, äh, CS2 gespielt? CSGO läuft grad gefühlt viel geiler. Ja, go, 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 go. Man, ich bin Soda. Soda. Easy peasy. Was? Ja, wir haben jetzt, und da war die Suchzeit noch dabei. Meine Aufnahme läuft seit 15 Minuten. Okay. Ja. Ja, das ging jetzt halt richtig. Mach mal noch, äh, vier mal. Nicht noch auf, ist. Oder am Office. Mach lieber noch ein Office. Aber ich sag's dir, die sind da jetzt nicht mehr gehen. Das können sie nicht machen, das war super beliebt. Das gibt's nicht mehr als Greifer. Ja, aber Danger Zone gibt's auch nicht. Eben. Gibt auch kein Wettrüster. Das, das müssen sie wieder machen, das können sie nicht so. Dann starten wir halt einfach in noch eine Runde Office und hoffen, dass die genauso easy durchläuft wie die und wir jetzt nicht 9-1 auf den Sack kriegen. Ja, natürlich. Ja, das wird auch passieren. Äh, ich red mit mir selber, weil ich ein Video aufnehme, ne? Hm. Ja, ja. Ähm. Hoffen wir, dass wir nicht auch wieder 9-1 auf den, nicht 9-1 auf den Sack kriegen, so rum. Ähm. Und einen schönen Abschluss mit Office hinlegen können, bevor wir dann natürlich Office in CS2 weitergrinden werden. Nicht? Doch, nicht nicht. Ach man, natürlich ist bei uns einer Russ. Sollen wir purbleglich kicken? Furt mit. Nicht? Er dreht sich schon um und guckt. Nein. Nein. Ich hab sicher. Ja. Ich würd schon gern quinnen, also lasse mal einen hier, lasse mal einen hier. Ah, siehst du an, da ist ja auch schon wieder da. Hab ich denn schon Hello Tim gesagt? Nee. Hello Tim, let's win fast, please. Man könnte schon Paper stehen. Nee. Furt. Schau mal rin in die Olga. Wo sind die Gegner? Ja, hier. Window bei uns. Einfach rin, hostage hole, riss und hoffe, dass man... Wir sind hier rechts, Schatz. Boah, kündigt nicht. Alter! Du sollst einen Gegner schießen, nicht mich. Das wären wie eine Punkte gewesen. Ja, ich hab mich immer's killen. Ja, recht so. Latschmann da rein, holt die Hostage, damit der Boah einen von hinten killt. Mir leid, das war kein Absicht. Ja, glaub ich, soll auch noch. Ich so. Die Nade mal hoch. Ja. Auch so, ich hab das Gefühl, das Waffe ziehen geht irgendwie viel schneller. Ja. So. Hi. Yo. Zwei. Einer Soda. Einer Soda, einer noch. Ist schon weg, Soda. Ah, da hat meine Nade aber gut gesessen. Wo? Links. Ja, ich glaube, in der Schmuck sitzt da. Meinsch? Ja, der hat mir auch einen Headshot geknallt, du. Ach, da steht er. Just Gamer. Ich hab schon warm-up gesagt, der hat an. Ja. Hab ihn zwar nur einmal kurz gesehen und einen Headshot kassiert, aber egal, der hat an. Nimm doch deine Scheiß-Beißen. Ja, aber die ist doch viel cooler. Ja, jetzt mach ich mal erst, wenn alle auch da sind. Ja, natürlich. Ja, kaufen wir halt auch mal die Ackle. Wird nicht gesaved, also gespart, meine ich. Das ist gespart. Nicht. Ja, aber es ist gut. Es ist gut, es ist nicht gut. Push, ja. Wahrscheinlich push. Ja. Ja, es ist gut, es ist gut. Ich bin immer gut. Okay. Nicht, es ist gut, es ist nicht gut. Okay. Ja, hast du was anderes erwartet. Das Spiel muss ja auch authentisch sein, Schatz. Lass mich durch. Kevin hat an. Noob down. Ah, er kommt einfach raus. Ah, ja, warten mal. Nimm ich die Gläser, ja, alle komm ich dem Kaleel. Noch ganz gemütlich. Anders liest du noch wen. War der denn Paper oder Traum? Nein, Frau Anna, lauf nicht. Der wird rechts sein, komm. Und dann? Setz mal. Ah, Mann, er wartet da, anstatt überlogen zu gehen, der Säcke. Ja, dann müssen wir halt eine Reihe gehen. Niet? Doch. Niet? Doch. Niet? Ja, bitte auch nicht. Muss ich dir ja glatt mal hinterherlaufen. Wenn du eine gestopft hast. Weigerst dich einfach so lange drauf zu gehen, oder was? Weigerst dich so lange drauf zu gehen, bis ich eine gestopft habe? Okay. Hilfe! 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 Alter, ich bin zu dumm zum Kacken. Acht mal drauf, dass keiner hier fußt. Steh ich dir im Weg? Naja. Ah, verkehrt. Long war kurz draußen. Es fehlt, dass man... Ah ja, der Just Gama. Just Gama. Just Gama? Just Gama, ja. Alter! Guck, Kai! Ich lauf long rein, keiner von euch guckt mehr long. Ja. Ah, Mann, mit der scheiß MP5 Computers. Minus 23. Was starrt Gelb auch dich jetzt an wie so ein Idiot? Anstatt, dass er jetzt über long geht, weißt? Er saß auf den Papierdingern. Ich lauf long. Was ist das? Ich lauf long. Ich lauf long. Ich lauf long. Ich lauf long. Ach, schade. Ah, ja, aber das war die Schuld von unserem Mate. Warum ist er nicht überlong? Warum ist er da entlang gestopft? Ich verstehe es nicht. Das fehlt mir in CS2 auch noch, dass er bei der Stat-Rack-Waffe unten rechts bei der Munition anzeigt, wie viel Stat-Rack-Killst du drauf hast. Doch, das fehlt. Alter, er pusht einfach raus. Anstatt Alter hätte ich Pay was sagen können. Entschuldigung. Ja, aber Pay liegt, Kevin. Der Gegner wird sich gerade nur gedacht haben, was treiben die? Äh, wie war der drauf? Ich habe keine Ahnung. Wie war der drauf? Der war doch schon am Bild vorbei, der Gegner. Guck dir das Lack an, Loh. Wer hätte es doch bei der Runde Office belassen sollen und Flying Scout spielen sollen. Ja. Ruf mich, lass mal hier vor. Ja. Ja, entschuldigung, du hörst auch nie auf mich, wenn ich was sag. Hau doch, ne? One push, one push. Two push, two push. Hard hit. Down. Auch an der Treppe. Ja, ich habe noch 5 HP gehabt. Äh, 5 Schuss, meine ich. Ist der mit einer AWP gepusht? Jetzt spiel doch langsam Geld. Ja, ich habe noch Zeit. Neat, er muss rinnen in die Olga. Ich habe noch 5 HP. Auch mal ein Paper krach. Also einer ist auf Long von den zwei. Ja, ich bin Paper. Auf, 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 Probe, auf. Letzter Long mit AWP. Ja. Das wird nichts. Das wird nichts. Der ist vorne, der ist kommen. Alter, guck dir Kevins Lack wieder an. Hol ihn noch, hol ihn noch. Jawohl. AWP. Wird Kei AWP gesaved. Aber was, schon letzte Runde. Das ist voll ungewohnt, ne? Ich habe ja noch gesagt, Kei letzte Runde hat aufgekauft. Ja, aber ich hatte ja nur geforst. So, 3 AWPs. Na ja, ist doch gut. Machen wir 5 Truss. Machen wir 5 Truss. Und ist gut. Mann, leckt das bei mir. Also ich habe hier wieder Smoothie, 250 FPS. Geld! Blockt mich hier die ganze Ding. Ja. Und schaut mir damit immer her. Ja, wenn Kevin eine Nade hier vor uns wirft. Ja. Bucksie, rennt sie mir noch in den Weg rein? Na ja. Ach, komm. Hinterhalt hinterher, oder? Nicht? Ah, jetzt ist unser Mate auch down. Ah, der war doch trof. Also der Just Gamer spielt Never Ever Legend. Natürlich spielt er Legend. Er gibt im Rennen dauernd diegel Headshots. Da ist geschlichen, Schatz. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Er hat 9 Fracks. Ja. Das lange zum Anhaben. 44 Headshot. Eben. Weil die Glock hier ist. Hier kann die Glock doch nichts. Don't rush, play defense, easy win. Bitte, danke. Don't block. Nicht wird nicht pusht. Kein push, bitte. Ja, weil du sagst, don't block. Ja, weil Geld still nicht blockt. Und dann tue das so als ob. Ich bin dabei gestört. Ah ja, ist ja auch richtig so. Ja, wenn du es blockt. Wenn er dich blockt, standest du ihm im Weg. Das ist doch ganz klar wie Kloßbrühe. Push mal. Nicht. Es steht 5-3. Wir brüchen jede Runde. Nein. Hast du es pushen? Nein. Go, 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 push. Jetzt komm mal. Aber über Long, über Long. Ja. Über Long push, das hat noch nie funktioniert. Ich, ich, ich krieg immer eine Instant-Diegel-Schelle. Jetzt komm mal andere Waffe. Du musst die Glock nehmen, dann klappt das auch. Egal mit was ich Long push, das klappt nie. Komm mal, 1 Döner. Ja, Stairs. Komm mal, 2 Döner. Ich zieh nicht mehr ein. Ach man, der rechts auf Stairs hat Hit. Halbfett-Spiel. Ja, Lied. Mann, da ist noch einer rechts. Don't push? Ja, don't push, stay defense. Und push dann erst mal. Ja, ja. Gelb war AFK, der hat es nicht gehört. Und Purple hat mich nicht verstanden. Also einer müsste Halbfett-Spiel sein. Sag mal, Bomb-Down-Long. Bomb-Down-Long. Nichts, hör auf, dann seien es beide wie dumme auf Long. Ja, da hat er JustGamerlebt noch easy lose. Ja. Gelb steht so, dass er Purple verkauft, wenn Short einer rein kommt. Ach so, Short. Gute job, gute job. Nicht? Nicht? Ehe, eine Runde, Schatz, müssen wir nachher noch Türmchen machen auf Long, ne? Hämmer letzte Runde ja gar nicht. Muss ja hier die Traditionen wahren. Ah, jetzt erst mal mit der Ackenpapel. Es wird jetzt nicht geschlafen. Es wird jetzt nicht geschlafen. Es piekt irgendwie keiner, gell? Ja. Wenn die Kreml mal er hier rumkommt, kack, kack. Ja. Molli da auch noch, weißt? Ja. Ich hab ihn nicht mal gehittet. Ich hab auf Dauer Feuer, weißt? Kevin, das war ein Schisssmoke. Hat er gut Smog? Nein, der JustGamer hat mich geholt, sie log gemacht. Papier ist gesmoggt, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß, er hat nur noch einen USB-R. Quart. Terrorists win. Fuck. Nur Zeit abgelaufen. Ich hab grad gar nicht auf Zeit geachtet, um ehrlich zu sein. Deshalb bin ich ja gerannt. Komm, jetzt mal das spült. Dann ist spült. Nicht schwarz, langsam. Aber ich könnte... Könnte so machen. Lieb! Gut, 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 gut. Kevin springt runter, vorne piekt einer. Man kann nicht schießen. Wie immer. Ah, leck mich doch im Arsch. 92. Boi! Mann, wer springt vor mir rum? Geld? Ja, Kevin! Nein, Geld ist vor mir rumgesprungen. Er hat ihn knifft, wie frech er hat ihn knifft. Na schon. Ja, aber Flaschbang und ne D-Coil. Oof! Oook! Okay. Schau mal oben. Ja. Paper gesmoked. Könnte short sein eventuell. Was macht Gelb? Was macht Gelb? Long, 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 long. Ach man, Mr. Ninja, als ob du in die Ecke aimst. Gelb holt ein. Ja, spielt grad ziemlich groben. Guck mal zu. Schöne One-Way-Smoke für Kevin. Einmal. Schau wieder. Ja gut, ich nehme nicht mehr das Geld exakt für eine Org gereicht. Aber bitte Purple, nicht vorne smoken. Sonst müssen wir dich leider kicken. Bad smoke, bad smoke. Tja Purple, tut mir leid, dann wirst du jetzt nächste Runde gekickt. Nein, komm jetzt. Er hätte gegen die Regeln verstoßen. Ich schieße erst mal gegen die Wand. Ich auch. Na? Ja. Piekt jetzt mal irgend-eber. Oh, ich hab noch 60 HP. Minz. Vorne 60? Ja. Die spielen aber auch super langsam die Gegner. Hab noch 39 HP. Ich hab noch Pipps. He. Betrug. Betrug. Wollte Kevin. Ah, da floggt mich. Du musst ihn auf alte Zeiten noch einmal wegholen, Kevin. Nein. Doch. Doch, das hat alles seine Regeln. Ich brauche Schmuck. Hi, jo, Kevin. So, hey. Weg, hole. Mit dir liegt wieder am Nonscope. Elend mit euch. Jetzt verlieren wir die Runde auch noch. Links macht glaube ich auch. Einer ist schwerst, der andere ist schwerst. Ja, wo ist der letzte? Ja, könnte draußen sein. Ja, ähm, dieses Office-Ding da nicht. Also rechts, oder? Ja, rechts. Er war linker Seite. Ah, fuck allah, ja. Du hast 100 Grad hier, mach jetzt. Rechts unten. Da unten war er, ja. Ja, rechts. Furt mit. Easy win. So, jetzt ist aber Schichtenschaft. Ja, ja. Die Robe. Haben wir unsere letzten Office gespielt, sofern denn heute das Update kommt, ne? Und morgen von enttäuscht kommt einfach nur Danger Zone raus, wollt's? Ja, das wär's. Ja, das wär halt richtig bitter. Na ja, Lied Allah. Allah, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.